Ich bin Gerald Pollack, ich bin der Gewinner der YPD Challenge 2014, bin 20 Jahre alt und ich studiere BWL an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die YPD Challenge 2014. Das erste Mal wird das erfolgreiche Format live im Fernsehen übertragen. Von 3.500 Kandidaten ist Gerald unter den 100 Glücklichen, die es in die TV-Show schaffen. Für mich war es ein bisschen wie bei den Hangar Games. Und zwar am Anfang so ein Upcheck. Was kam der außer der drauf? Wer wird mir gefährlich sozusagen? Nach knallharten Quizrunden und einer Spezialaufgabe in Budapest kämpft Gerald am Ende gegen vier Kandidaten um den Einzug ins Finale. Dass ich dann in die zweite und die dritte Show gekommen bin, das hat mich eigentlich echt verwundert. Im entscheidenden Duell liegt sein Kontrahent Markus lange voran. Doch Gerald behält die Nerven. Das war auf alle Fälle ein bisschen surreal, wie ich dann als Sieger erkoren wurde. Dann, wie ich aber in dem Flugzeug gesessen bin, wusste ich echt, okay, ich fliege jetzt gerade echt um die Welt. Und es war einfach cool. Ich habe mich gefreut.